Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Annabelle, bin 36 Jahre alt und lebe in Frankreich mit meinem Mann Julien und meinem Sohn William, der fast zwei Jahre alt ist. Wie ihr es merken könnt, ist Französisch meine Muttersprache und ihr stellt euch vielleicht die Frage, warum ich denn hier Deutsch rede? Also als freiberufliche Übersetzerin arbeite ich sehr viel mit deutschen Unternehmen und bin täglich in Kontakt mit deutschen Kollegen und Kolleginnen und mit der Zeit sind viele von denen auch sehr gute Freunde geworden und wir plaudern sehr oft über Frankreich, über Deutschland. Meine Freunde sind immer sehr sehr neugierig über was in Frankreich passiert und was ich über Deutschland denke und sehr oft sprechen wir natürlich über Shopping. Also das ist ja Frauensache, ah les femmes. Also habe ich mich entschieden meinen eigenen YouTube-Kanal zu starten, damit ich meine Lieblingsmarken vorstellen kann und auch Produkte testen kann und vielleicht auch manchmal über die französische Kultur reden und auch was ich in Deutschland auch mag und so weiter etc. plein, plein de choses a raconter. Ich hoffe ihr habt so viel Spaß meine Videos anzuschauen als ich Spaß habe sie zu drehen und ich sage euch a très bientôt, tschüss, ciao!